Hallo liebe DeFi DJs und Yield Farmer Chats, herzlich willkommen zu meinem Sonntags Livestream über Krypto und professionelles Yield Farming. Ich freue mich, dass du dich entschlossen hast, meinen Stream heute einzuschalten und wenn du neu bist auf meinem Kanal, herzlich willkommen. In der heutigen Folge habe ich ein Thema vorbereitet, das so ein bisschen anknüpft an das Thema von letzter Woche und zwar geht es jetzt um die Frage, wie nimmt man eigentlich am besten Gewinne mit. Im letzten Video ging es ja darum, dass ich erklärt habe, dass ich glaube, dass wir jetzt gerade so ein bisschen in eine neue Marktphase eintreten. Wir nähern uns meiner Meinung nach dem Ende des Bull Markets. Dafür gibt es bestimmte Anzeichen, auf die bin ich eingegangen im letzten Video. Ich hatte auch eine neue Strategie vorgestellt. Ich habe gesagt, also zurzeit kümmere ich mich mehr um das Absichern von Gewinnen, um die Gewinnmitnahme, als jetzt darum, neue Yield Farming Gelegenheiten zu suchen oder irgendwo meine APY zu optimieren. Denn es geht jetzt eher darum, in dieser Marktphase so ein bisschen dafür zu sorgen, dass die ganzen Gewinne und dass also die wohlverdienten Gewinne der letzten Monate, dass die nicht abhanden gehen, nur weil jetzt irgendwann ein Dump kommt, mit dem man womöglich nicht so gerechnet hat. Also damit will ich sagen, ich glaube nicht, dass jetzt morgen oder übermorgen schon der Bull Market zu Ende ist, dass der Bear Market losgeht, die Märkte crashen. Das glaube ich nicht, dass es jetzt unmittelbar vor der Tür steht. Aber die Gefahr, dass das passiert, die steigt jetzt nach und nach. Das ist so ein bisschen mein Empfinden. Ich merke, dass also der Innovationsrhythmus, die Geschwindigkeit, die Innovationsgeschwindigkeit im Kryptospace ein bisschen runtergeht. Die neuen Projekte sind häufig Varianten von alten Projekten. Es wird irgendwie wieder eine neue Idee, eine neue Idee im DeFi-Bereich, eine neue Idee im NFT-Bereich entwickelt. Aber was weniger stattfindet, sind richtige Innovationen, wie zum Beispiel NFTs an sich oder der DeFi-Bereich an sich. Dass also ein neues Paradigma kommt, das sehe ich zurzeit nicht. Ein bisschen was könnte noch kommen aus der Richtung Polkadot, also dass zum Beispiel bei Polkadot jetzt quasi ein neuer Boom eintritt, weil das Netzwerk sich weiterentwickelt. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das ausreichen wird, um jetzt den Bull Market weiter noch nachhaltig lange zu befeuern. Denn wenn jetzt also DeFi neu rauskommt auf Polkadot, wenn jetzt NFTs neu rauskommen auf Polkadot, das ist eigentlich jetzt nicht so ein großer Innovationssprung, wie wir bisher gesehen haben. So ist mein Gefühl. Das ist meine subjektive Haltung zu der ganzen Sache. Und um das so ein bisschen zu untermauern, also ihr müsst natürlich selber wissen, wie ihr das so seht und wie ihr das jetzt handhabt. Aber um das so ein bisschen zu untermauern und warum ich eigentlich auch so darauf komme, auf diese Ansicht, das ist zum Beispiel, es reicht mal so ein Blick auf den Allzeitschart von Ethereum hier auf CoinMarketCap, also Ethereum gegen Tether und gegen US-Dollar kann man also sagen. Und man sieht ja hier, was hier in den letzten Monaten passiert ist. Also eine Kerze ist jeweils ein Monat und wir haben jetzt hier also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Monate in Folge, grüne Kerze. Das heißt also, der Kurs war am Ende des Monats immer höher als am Anfang des Monats, seit 8 Monaten am Stück. Und wir müssen jetzt mal vergleichen, wenn wir uns das angucken, hat es irgendetwas in dieser Art jemals gegeben bei Ethereum? Nein, hat es nicht. Jede einzelne Marktphase war kürzer als der Bull Market, den wir jetzt haben. Das, was dem ein bisschen nahe kommt, das ist der Bear Market von 2018, wo ja also Anfang 2018 die Kurse alle gecrasht sind, nach dem Bull Market 2017. Und wir haben hier also 1, 2, tun wir mal so, als gäbe es das nicht, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Monate, vielleicht sogar 10 Monate in Folge. Abwärtstendenz gehabt, aber auch nur, wenn man diese eine grüne Kerze hier im April 2018 einfach mal so weglässt. Also das heißt, eine so lange Marktphase, die konstant in eine Richtung ging, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es jetzt übermorgen schon vorbei ist. Es kann durchaus noch ein bisschen weitergehen, auch noch 2, 3 Monate oder so. Aber es ist auch mal klar, also wenn man hier so eine Formation sieht, dann muss man, glaube ich, anerkennen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt immer weitergeht mit jeder einzelnen grünen Kerze, die jetzt hier noch dazu kommt, also mit jedem Monat, die dieser Bull Market läuft, die Wahrscheinlichkeit wird kleiner, dass es immer so weitergeht. Und das heißt für mich jetzt Gewinne entnehmen, das ist jetzt die absolute Priorität. Es ist völlig egal, ob ich jetzt irgendwo 10 Prozent oder 15 Prozent oder 20, 30, 40 Prozent APY kriege auf irgendwas. Jetzt ist erst mal wichtig, die Gewinne, die da sind, vom Tisch zu nehmen. Und damit meine ich auch natürlich nicht alles auf einmal rausnehmen, sondern ich brauche eine Strategie. Und bei dieser Strategie, da hilft mir ein Tool. Dieses Tool ist der Unidex Bot, den möchte ich heute vorstellen. Und der hilft einem dabei auch diese Marktschwünge, die wir jetzt im Moment so sehen, dass wir also mal eine 20 Prozent, eine 30 Prozent Korrektur kriegen. Und dann geht es munter weiter aufwärts. Der hilft einem dabei, das irgendwie quasi zu auszugleichen. Ja, und der Markt, so wie er jetzt im Moment ist, der erinnert mich echt ganz schön hier an diesen einen Clip aus Blues Brothers. Da stürzt dieses ganze Gebäude ein, so wie wenn wir hier einen 30 Prozent Dampf haben. Und was passiert als nächstes? Ja, genau. Gleich neun Uhr abzuarbeiten. Also als wäre nichts gewesen, geht es einfach weiter. Einmal kurz so den Staub abklopfen und dann geht es munter weiter, als wäre nichts gewesen. Also das so sieht für mich im Moment der Markt ganz extrem aus. Und das heißt also Gewinne entnehmen steht im Vordergrund. Ich habe jetzt hier ein Tool gefunden, das mir dabei tatsächlich hilft. Das ist der Unidex Bot. Ich muss jetzt aber kurz dazu sagen, der Unidex Bot ist ein kommerzielles Projekt, das also Geld kostet, das auch nicht Open Source ist. Das ist ein Trading Bot. Und ich persönlich habe jetzt mit diesem Projekt selber gar nichts zu tun. Also ich mache jetzt hier keine Werbung, sondern ich erzähle einfach nur, wie ich dieses Tool einsetze für meine Zwecke. Ich habe mit dem Team nichts am Hut. Ich kriege nichts dafür. Und ich habe auch mit dem Team keinen Kontakt. Habe ich jetzt auch bewusst nicht aufgenommen. Deshalb gibt es ja auch so ein paar Lücken, Wissenslücken, die ich sonst immer kläre, bevor ich so ein Video mache. Dann frage ich kurz mal nach, wenn nichts in der Doku steht, in der Dokumentation steht. Dann gehe ich kurz in den Discord-Kanal oder in Telegram, was die auch immer anbieten und frag nach, damit ich hier im Stream nicht irgendeinen Quatsch erzähle. Das habe ich jetzt alles ganz bewusst nicht gemacht, um jetzt hier nicht in die Situation zu kommen, dass ich hier Werbung für irgendetwas mache. Das ist der eine Hinweis. Der zweite Hinweis ist, dieses Tool ist nicht wirklich kampferprobt im Sinne von, ich weiß nicht, wie das funktioniert bei extremen Marktsituationen. Ich habe das jetzt in den letzten Wochen immer wieder verwendet und bin sehr zufrieden damit. Das hat immer sehr, sehr gut geklappt. Aber ich habe keine einzige Extremsituation mit diesem Tool erlebt und es kann also sein, dass das eben seinen Dienst verweigert, wenn zum Beispiel jetzt ein Crash kommt, alle Leute wie blöd ihre Transaktionen auf die Beinen Smart Chain hämmern, weil sie noch schnell verkaufen wollen über PancakeSwap oder was weiß ich, was dann passiert. Das ganze Netzwerk ist überlastet. Ob dieser Bot dann so zufällig zuverlässig die ganzen Orders, die man hier reintut, die man hier jetzt gleich programmiert, ob der die dann wirklich korrekt ausführt und sauber und rechtzeitig ausführt, das ist ein ganz anderes Thema. Deshalb habe ich auch beschlossen, diesem Bot nicht mein gesamtes Portfolio anzuvertrauen, sondern ich mache das nur mit einem Teil. Denn wenn dieser Bot es nicht auf die Reihe kriegt, meine Assets rechtzeitig zu verkaufen in einer Extremmarktsituation, dann kann es mir passieren, dass meine Assets sehr viel schlechter verkauft werden oder womöglich gar nicht verkauft werden und dann brauche ich diesen Bot eigentlich gar nicht einzusetzen. So, das ist also der Unidex Bot, das ist ein Trading Bot. Den gab es vor einigen Wochen nur auf Ethereum und da war das für mich nicht so spannend wegen der Gasgebühren. Man konnte hier nicht wirklich experimentieren und jetzt inzwischen gibt es den auch für die Beinen Smart Chain. Den habe ich jetzt hier also auch aufgerufen. Es ist unidexbot.com, wo man das findet und also auf der Seite von denen kann man diesen Bot hier starten, indem man auf einen Button drückt, der heißt hier Get Started. Den sehen wir jetzt nicht. Hier ist irgendwie gerade Internet recht langsam und ich melde mich jetzt gleich noch mal, wenn das irgendwie, ja da ist es auch schon. Okay, brauche ich mich nicht gleich wieder zu melden. Hier gibt es diesen Knopf Get Started. Damit kann man das Ganze starten. Ich finde, das hat sich hier nicht so direkt ergeben aus dem Zusammenhang. Da muss ich noch hier die quasi Nutzungsbedingungen akzeptieren und mein Wallet verbinden und wenn ich mein Wallet verbunden habe, also mein Wallet ist auf die Beinen Smart Chain eingestellt, dann und hier muss ich auch die Beinen Smart Chain einstellen. Das Ding gehört hier nicht hin. Warten wir mal, bis das gleich weg ist. So, also hier muss ich die Beinen Smart Chain einstellen, wenn ich also hier arbeiten möchte und dann kann ich hier über Pancake Swap traden. Das machen wir jetzt gleich, aber bevor ich dieses ganze Ding nutzen kann, muss ich ein paar Dinge vorbereiten. Und das Erste, was ich vorbereiten muss, ist dieser Bot, damit der arbeiten kann, ohne dass ich was dafür tue, also damit er im Hintergrund arbeiten kann. Das ist ja die ganze Idee vom Bot, dass ich bestimmte Dinge hier automatisiere, dass die unabhängig sind von meinem eigenen, von mir selber. Damit er das kann, muss man diesem Bot etwas Gas zur Verfügung stellen, also ein bisschen ein paar BNBs, die der Bot verwenden kann, um für uns Trades zu machen. Dafür braucht er Gas, die muss ich dem Bot zur Verfügung stellen. Der Bot selber gibt mir eine Wallet Adresse, eine neue Wallet Adresse, das ist mein sogenanntes Gas Wallet. Da muss ich also BNB hinschicken und dieses Gas Wallet, das muss ich erst mit meinem Account verknüpfen. Dafür gibt es hier diese Büroklammer. Ich habe jetzt hier schon verknüpft, wenn das noch nicht passiert ist, ist diese Büroklammer rot und ihr müsstet, also wenn ihr das nutzen wollt, man muss dann hier eben diese Klammer anklicken, dann wird man, dann muss man eine Transaktion freigeben und dann ist erstmal das Wallet verknüpft mit unserem Haupt Wallet. Das ist der eine Schritt und der zweite Schritt ist, ich muss hier BNB an diese Adresse senden und das mache ich jetzt mal. Ich zeige mal, wie das geht. Relativ simpel, mit diesem Knopf hier kopiere ich mir die Adresse von meinem Gas Wallet in die Zwischenablage, gehe in meinen Metamask und sende an diese Adresse einen gewissen Betrag BNB, der für Gas benötigt wird und für die Sachen, die ich jetzt mache, reichen zur Zeit locker 0,1 BNB. Wenn ich also sicher gehen will, dann nehme ich halt 0,2 BNB oder sowas. Das wird auf jeden Fall reichen für das, was ich jetzt hier machen möchte. Dann schicke ich also diese Transaktion ab und sobald diese Transaktion durch ist, habe ich also diese 0,1 BNB in meinem Gas Wallet. Das habe ich jetzt vorher auch schon vorbereitet. Also in meinem Wallet sind schon 0,1 BNB. Da kommen jetzt gleich nochmal 0,1 hinzu, wenn diese Transaktion durch ist. Die Binance Smart Chain ist zur Zeit wieder ein bisschen langsam. Die war ja in den letzten Wochen auch immer wieder überlastet. Deshalb kann es sein, dass hier in diesem Video jetzt die ein oder andere Sache ein bisschen länger dauert. Ich werde das dann entsprechend auch zurechtschneiden, dass ihr irgendwie jetzt nicht mit mir hier immer zwei Minuten, fünf Minuten auf jede Transaktion warten müsst. Hier immer noch Transaktion läuft immer noch. Das war vor einiger Zeit mal sehr, sehr viel schneller. Das ist also die eine Sache, die ich vorbereiten muss. Die andere Sache, die ich vorbereiten muss, bevor ich hier traden kann, das ist, dass ich eine bestimmte Menge von BUNDB brauche. Das ist ein Coin, der zu dieser Plattform dazugehört. Der wird von denen rausgegeben und je nachdem, welche Lizenz ich hier nutzen möchte, brauche ich eine bestimmte Menge an BUNDB. Die muss ich kaufen und wenn ich die Kauf gekauft habe, dann reicht das, wenn ich die in meinem Wallet halte. Also was ich nicht machen muss, ist, ich muss die denen nicht geben. Ich darf diese Coins behalten und dann je nachdem, welche Menge an BUNDB ich in meinem Wallet halte, sind, ist die Anzahl der Features, die ich hier auf diesem von diesem Bot nutzen kann, mehr oder weniger. Also das heißt, je mehr BUNDB ich habe, desto mehr kann ich hiermit machen. Die ganze Lizenzstruktur, die findet man hier in diesem Menü unter License Structure. License Tier Structure, das ist hier unten. Und wenn ich das aufrufe, dann komme ich hier auf einen Medium Artikel, wo das genau beschrieben wird. Und zwar gibt es hier zwei Varianten. Das eine ist der Unidex Bot und das andere ist der B-Unidex Bot. Da gibt es zwei Lizenzen. Das eine ist auf Ethereum Basis, das andere ist auf Binance Basis, wie man hier glaube ich an dem B erkennen soll. Und diese Lizenz, die Anzahl der Coins, die man halten muss, die sieht man hier also in der linken Spalte unter License. Und bei 1,5 BUNDB geht das los, das was ich machen möchte, oder bei zwei und zwar geht es um Trail Stops und um Stop Losses. Das sind die zwei Trades, Trading Arten, die ich hier nutzen möchte. Also brauche ich 1,5 BUNDB. Die muss ich mir jetzt besorgen. Hier sieht man ein BUNDB kostet also 524 Dollar. Das ist recht hoch. Vor allem, wenn ich zwei Dörfern brauche, brauche ich schon irgendwie über 1000 Dollar, um hier überhaupt mitzumachen, um hier überhaupt mitzuarbeiten. Das ist mir aber jetzt bei meinen Gewinnen durchaus die Sache wert. Zumal ich ja auch diese Coins behalten kann. Also das heißt, das ist nicht weg, das Geld, sondern in gewisser Weise kann ich die ja dann später wieder verkaufen, wenn ich fertig bin. Allerdings muss man dazu sagen, für die Marktsituation, mit der ich ja so plane, nämlich dass der Kryptomarkt als Ganzes irgendwie nachgibt und da einfach ein sehr großer Dampf stattfindet. Für den Fall wird natürlich dieser Coin auch im Wert fallen und dann, wenn ich fertig bin, die BUNDB verkaufe, dann werde ich wahrscheinlich Verlust machen. Und insofern kostet mich das Ganze was oder ich beschließe einfach, ich behalte die Dinger, bis sie wieder steigen. Aber ob das jemals wieder passieren wird und so, weiß ich nicht. Aber man muss ehrlich sein, das Geld, also die Dollars oder was weiß ich, was man hier swappt, ist wahrscheinlich weg, wenn man das hier macht. Wenn man das im Kopf hat und dann später was rauskriegt, freut man sich. Das ist also quasi so ein, das sind quasi so Betriebskosten, die ich hier habe und die nehme ich jetzt einfach in Kauf, weil ich will jetzt meine Gewinne absichern. So, wie komme ich jetzt an diesen Coin? Ich komme an den Coin über dieses Menü hier und dann klicke ich hier auf Buy BUNDB und dann lande ich bei Pancake Swap und Pancake Swap bietet mir jetzt an, dass dieser Coin hier importiert wird. Das mache ich auch, nehme den hier also auf und dann kann ich hier also tauschen, Assets tauschen gegen BUNDB und ich brauche jetzt für das, was ich vorhabe, 2 BUNDB. Also trage ich das hier ein. Und sobald hier ein entsprechender Preis gefunden wurde, wird also im Prinzip hier angeboten, wie viel BNB ich ausgeben muss, um diese zwei Coins zu bekommen. Und was man hier jetzt sieht, das ist das, was ich, also worauf man ein bisschen achten muss, weil zurzeit findet ja eine Migration statt von Pancake Swap 1 zu Pancake Swap 2 und die ganzen Liquidity Pools, die bei Pancake Swap da sind, die sind größtenteils noch nicht migriert. Wir sind jetzt hier auf der Version 2 und das bedeutet, dass der Liquidity Pool, der hier verwendet wird auf Version 2, um diesen Trade abzubilden, dass der noch nicht voll genug ist, noch nicht Liquidität, noch nicht genug Liquidität da drin ist, um diesen Trade hier durchzuführen. Und dafür müsste ich, um jetzt diesen Trade wirklich durchzuführen, auf die Version 1 wechseln. Das mache ich jetzt auch, aber bevor ich das mache, brauche ich die Adresse von diesem Coin, weil wenn ich jetzt hier wechsle, dann ist das quasi weg. Also dann ist diese Voreinstellung hier weg, dann muss ich den Coin suchen. Der ist aber nicht in der offiziellen Liste von Pancake Swap, also alles mega kompliziert. Um das, also wie gehe ich damit um, was mache ich? Ich schnappe mir hier oben die Adresse von dem Coin, hier steht hier Output Currency, das ist dieser hier. Die kopiere ich mir in die Zwischenablage, also 0x3dc8 und so weiter bis zum Schluss. Das ist also die Adresse von dem Coin, die kopiere ich mir in die Zwischenablage und dann gehe ich auf die Version 1 und wähle als Output Currency hier diese Adresse aus. Und dann habe ich den Coin hier drin. Und dann gucke ich mal, ob ich hier nicht zwei Coins kaufen kann. Und das klappt jetzt hier und da sehe ich auch der Price Impact 0,27%. Wenn also bei euch, wenn ihr auf der Version 2 seid und das, also wenn ihr das jetzt nachmachen wollt und das auch mal ausprobieren wollt, wenn ihr auf Version 2 seid und hier bei euch dann nicht dieses Feld kommt, wie bei mir, mit das nicht genug Liquidity da ist, sondern das vielleicht ist ja dann Liquidity da, um diesen Trade abzubilden. Es kann aber sein, dass so wenig Liquidität da ist, dass der Preis extrem falsch ist. Und das werdet ihr daran erkennen, dass hier beim Price Impact mehr als sagen wir mal 1% oder so steht. Und wenn das der Fall ist, geht auf die Version 1 von Pancake Swap. Da scheint noch genug Liquidität da zu sein. Das wird sich sicher über die nächsten Monate ändern. So, jetzt kriege ich also angeboten hier 1,64708. Das ist auch so ein Trick. Ich weiß nicht, nicht alle kennen den. Viele wissen das, aber wenn ich genau den, wenn ich 2 BUNDB brauche, dann muss ich mir das nicht kompliziert ausrechnen, wie viel ich dafür ausgeben muss, sondern ich gebe hier einfach die 2 BUNDB aus. Pancake Swap merkt dann im Hintergrund, dass auch bei Uniswap und bei den anderen Exchanges, dass ich also denkt sich dann, dass ich genau 2 haben will, weil sonst hätte ich das ja hier nicht eingetragen und sucht dann den entsprechenden Preis aus. Ich muss also nicht irgendwie jetzt überlegen, wie viel ist was und das dann in BNB umrechnen oben eintragen. Es reicht, wenn ich die 2 hier eintrage. Das heißt, ich sage jetzt hier, ich möchte 2 BUNDB kaufen. Gehe ich auf Swap, mache diesen Trade und wenn er durchgeführt ist, wenn er durchgeführt ist, dann habe ich diese 2 BUNDB in meinem Wallet und das reicht dann, um hier weitermachen zu können. Die werden dann hier auch angezeigt. So, jetzt ist der Trade also durch. Ich habe die 2 BUNDB auch in meinem Wallet und jetzt kann ich hier also im Prinzip loslegen. Und zwar, wie nutze ich das Ganze jetzt, um Gewinne mitzunehmen? Ich habe jetzt hier mal als Spielgeld sozusagen zwei Ether im Wallet und ich möchte jetzt mit diesen zwei Ether mal verschiedene Strategien ausprobieren. Die erste Strategie ist, ich möchte eine sogenannte Limit Order setzen. Und das ist etwas, was tatsächlich bei PancakeSwap nicht geht, denn bei PancakeSwap kann ich immer nur quasi direkt traden. Ich kann also sagen, ich möchte gerne irgendwas, sagen wir mal, also jetzt in dem Beispiel wäre das ja Ether verkaufen gegen Tether zum Beispiel. Oder DAI oder was auch immer so. Ich möchte Ether gegen Tether verkaufen und dann bekomme ich den aktuellen Marktpreis, der hier bei PancakeSwap angeboten wird und dann kann ich sofort also tauschen zum aktuellen Marktpreis. Was aber, wenn ich jetzt mit dem aktuellen Marktpreis nicht zufrieden bin, sondern wenn ich glaube, dass jetzt der Ether weiter steigen wird und ich möchte quasi erst später verkaufen, zum Beispiel, wenn der Ether jetzt auf 4.000 Dollar ist oder so, statt ich weiß nicht, er ist jetzt wahrscheinlich auf 3.600 irgendwas. Und jetzt kann ich natürlich warten, dann später bei PancakeSwap, also wenn er auf 4.000 ist, wiederkommen. Aber was ist, wenn er kurz auf 4.000 ist, dann wieder auf 3.800 und so weiter. Also wenn das nachts passiert, wenn ich schlafe oder wenn ich gerade irgendwie nicht aufpasse, das möchte ich mir gerne automatisieren. Dafür braucht man etwas, was sich Limit Order nennt. Eine Market Order ist quasi, dass man zum aktuellen Marktpreis verkauft, kann man sich gut merken, Market, Marktpreis und zwar sofort und eine Limit Order sagt jetzt, ich möchte, wenn ein bestimmter Preis erreicht ist, also nicht zum aktuellen Marktpreis, sondern zu einem möglichen zukünftigen Marktpreis verkaufen und das kann ich bei PancakeSwap nicht einstellen, weil ich hier keine Möglichkeit habe zu sagen, mach das später. Und dafür habe ich jetzt diesen Bot hier und der Bot, der ermöglicht das, weil er nämlich im Hintergrund diesen Trade ausführt, der beobachtet die Marktpreise und wird dann also hingehen und zu dem von mir gewünschten Preis verkaufen. Und das mache ich jetzt, das kann ich hier einstellen, indem ich zum Beispiel erstmal sage, ich möchte meine zwei Ether verkaufen. Das sind ungefähr zwei, also es scheint nicht ganz zu stimmen. Und dann möchte ich gerne verkaufen in USDT. Dann rechnet der mir hier den aktuellen Marktpreis aus und ich könnte jetzt hier auch eine Market Order setzen, also diesen Trade sofort ausführen, mache ich aber nicht, sondern ich konfiguriere mir hier einen Trade. Und zwar gehe ich jetzt hin und kann hier eine ganze Menge einstellen. Wenn ich die Lizenz nicht habe, dann fehlen mir diese zwei Dinger hier, der Trade Stop und der Stop Loss, die sind deaktiviert. Also wenn ihr irgendwie, wenn das bei euch deaktiviert ist, dann wird das daran liegen, dass ihr hier nicht genug BUNDB habt. Zumindest war das bei mir so. So habe ich aber jetzt und ich brauche auch im Moment das noch nicht. Darauf gehe ich später ein. Ich will jetzt eine Limit Order einstellen und zwar möchte ich zum Beispiel jetzt verkaufen, wenn der Ether aktueller Preis ist 3.648, wenn der zum Beispiel auf 4.000 ist. Und dann möchte ich, dann muss ich ausrechnen, welchen prozentualen Unterschied das jetzt macht. Also um wie viel Prozent der Ether steigen muss, dass ich dann verkaufe. Also wenn ich jetzt möchte, wenn ich jetzt bei 20 Prozent mehr als dem aktuellen Marktpreis verkaufen möchte, dann schreibe ich hier irgendwie 20 rein. Und hier unten zeigt mir dann dieses, diese Webseite auch an, welcher Preis das ist. Also wenn ich hier 20 Prozent, wenn ich möchte bei 20 Prozent mehr als dem aktuellen Marktpreis, wenn ich da verkaufen möchte erst, dann wären das 4.377 Dollar pro Ether. Und dieser Preis hier unten, das ist der umgekehrte Preis. Also das ist quasi, wie viel ist 1 Dollar, 1 USDT in Ether gerechnet? Nämlich 0,000228. Das sind also zwei, das ist derselbe Preis, nur einmal so rum und einmal so rum gerechnet. So, wenn ich jetzt also bei 4.000 verkaufen möchte, dann reicht es ja, wenn ich das hier so runterschraube auf 3.907. Also ich kann natürlich jetzt auch ganz genau anfangen zu rechnen, aber es reicht jetzt in 4.013, passt schon. Oder ich mache eben hier knapp unter 4.000 ist wahrscheinlich noch besser so. Das heißt also mit einer Target Volatility von 9% möchte ich verkaufen. Heißt also eigentlich nur jetzt im Klartext, wenn der Ether noch 9% steigt, dann soll diese Order ausgeführt werden. So, und das kann ich jetzt abschicken, indem ich auf Approve klicke und dann Start Trade. Und dann dauert das eine Weile, während der Bot diese Limit Order einstellt. Und sobald der Bot fertig ist, diese Limit Order einzustellen, dann bekomme ich hier unten in der Liste Open Trades auch meinen Trade angezeigt. Leider laden hier unten die Trades jetzt nicht, die ich hier einstelle. Das ist, glaube ich, ein kleiner Bug, der jetzt vorübergehend ist. Vielleicht kommt das irgendwie noch, dann zeige ich das noch. Jetzt mache ich einfach mal weiter. Also das ist eine sogenannte Limit Order und der Bot wird jetzt also warten, bis der Kurs vom Ether an der Stelle ist, wo ich gerne verkaufen würde. Also das heißt, jetzt in diesem Fall war das bei knapp unter 4000 Dollar. Der Bot wartet also, bis der Preis vom Ether bei Pancake Swap auf knapp unter 4000 Dollar ist und wird dann meinen Trade ausführen. Und das heißt also, ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich Gewinne mitnehme, auf meine Ether Position oder auch auf alle möglichen anderen Coins, die ich in meinem Portfolio habe, die muss ich dann irgendwie auf die Binance Smart Chain kriegen. Und in dem Moment, wo ich die auf der Binance Smart Chain habe, also zum Beispiel die ADAS oder auch die DOTs, alle möglichen, die hier angeboten werden, die kann ich also dann kontrolliert zu gewissen Kursen verkaufen. Nicht nur die Ether. Und ich kann ja auch für unterschiedliche Mengen einzelne Limit Orders stellen. Also ich könnte sagen, das erste Drittel von meinen Ether verkaufe ich bei 4000, das nächste bei 4500 und das übernächste bei 5000 und so weiter. Also ich kann eben hier beliebig viele Limit Orders einstellen, die dann automatisch ausgeführt werden, wenn die Marktbedingungen so sind, wie ich sie eingestellt habe. Eine zweite Variante, die man hier machen kann, das ist der sogenannte Stop Loss. Und ein Stop Loss, das ist eine Order, die im Grunde zu einem bestimmten Prozentsatz verkauft. Und zwar, wenn der Kurs auf diesen Prozentsatz fällt. Und das ist natürlich was anderes als eine Limit Order. Ich zeige jetzt erstmal, wie man das einstellt. Und zwar habe ich hier also wieder den Trade Knopf und dann muss ich hier also den Trade entsprechend konfigurieren. dazu stelle ich erstmal ein, ab wann der Stop Loss, ab welchem Preis der Stop Loss greifen soll. Das heißt also, ich muss einstellen, bis wo der Ether steigen muss, zum Beispiel um 3%, also um wie viel der Ether steigen muss, bevor der Stop Loss überhaupt greift. Vorher passiert gar nichts. Also der Bot wird warten, bis dieses Ziel erreicht ist. Wenn ich dieses Ziel auf zu niedrig stelle, dann ist hier unten der Target Price rot. Und dann bedeutet das, dass die Gefahr besteht, dass quasi meine Order sofort ausgeführt wird, weil ich an diesem Target rechtzeitig, also sehr früh ankomme. Deshalb setze ich das ruhig ein bisschen höher auf 3%. Das heißt also, der Ether muss jetzt erstmal um 3% steigen, bevor überhaupt irgendetwas passiert hier mit dem Bot. Und dann stelle ich hier meinen Stop Loss ein. Und das ist der Prozentsatz, um den der Ether fallen muss, bevor automatisch verkauft wird. Das heißt also, wenn ich jetzt hier 10% einstelle, dann würde das heißen, dass 10% unter diesem Target Preis wäre dann der Verkauf. Also der Ether müsste also erst von dem aktuellen Preis 3.648 bis 3.757 steigen. Und wenn er dann da angekommen ist, dann wird automatisch verkauft, wenn der Kurs um 10% runtergeht. Und damit kann ich ein Szenario abbilden, das also eigentlich genau das ist, was passiert bei einem Dump. Wenn jetzt also weiter die Kurse steigen, sagen wir mal, ich möchte, dass der, dass der, ich glaube, dass der Ether noch auf 4.000 Dollar oder so steigen würde, dann würde ich halt mein Target, meine Target Volatility so einstellen, dass hier also ungefähr 4.000 rauskommen. Hier sind 3.976 bei einer neuen, wie eben auch. Und ab dann würde mein Stop Loss greifen. Also ich sage, wahrscheinlich steigt der noch auf 4.000, dann wird es irgendwann crashen. Und dann würde ich also sagen, hier, sobald der Kurs dann um 10% nachgibt, soll ein Verkauf stattfinden. Und jetzt muss ich mir hier also einen guten Prozentsatz überlegen, denn ich möchte ja nicht so ein kleiner Dip, der dann bei 4.000 passiert, das dann schon verkauft wird. Aber ich könnte zum Beispiel jetzt hier 20% einstellen, 10% mit was immer ich mich also gut fühle, was immer passt für meine Zwecke und dann also gemütlich warten, bis der Kurs auf 4.000 klettert. Und dann kann ich im Prinzip weiter zuschauen, wie der Kurs nach oben geht und wäre schon mal sicher, dass ich also meinen Gewinn, den ich bei 4.000 minus der 10% habe, den habe ich dann sicher. Also weil steigt der Kurs auf 5.000, habe ich zwar tierisch viel Gewinn gemacht, dann geht der Kurs wieder runter, ist irgendwann auf 4.000, dann ist er also auf 10% unter 4.000, wären so 3.600 und dann irgendwann passiert hier der Verkauf. Das heißt also, ich müsste im Prinzip diese zwei Werte passend einstellen. Also wenn ich zum Beispiel glaube, der Kurs geht noch auf 5.000, dann würde ich zum Beispiel sowas machen wie, ich stelle das auf irgendwas unter 5.000 ein, dass also mein Target Price irgendwo so leicht unter 5.000 liegt, sagen wir mal also bei 4.816. Und wenn der Kurs dann 4.816 erreicht, dann stelle ich mir hier noch einen gewissen Sicherheitspuffer ein, falls der mal kurz runter geht und dann wieder hoch geht, sagen wir mal 5% oder sowas. Und ab dann, wenn der Kurs also bei 5.000 ist, dann kann der Kurs auch weiter steigen und steigen und steigen und wenn dann irgendwann der Crash kommt und alles geht runter, dann wird irgendwann bei 5% unter 4.800 verkauft. Und da ich ja jetzt hier bei 3.600 die Order gesetzt habe, hätte ich ja im Prinzip schon die 1.400 Differenz bis ungefähr da oder die 1.000 Dollar Differenz bis zu dem Verkaufspreis, die hätte ich mir ja schon mal gesichert. Und das heißt, ich komme also hier regelmäßig wieder hin und ziehe diese zwei Werte nach. Ich kann also mir die ganze Sache angucken, geht der Kurs auf 5.000, habe ich also quasi meinen Gewinn hier abgesichert, steigt der Kurs weiter, kann ich diese Werte hier entsprechend nachziehen und immer weiter dafür sorgen, dass also meine Gewinne immer mehr erhalten bleiben. Das ist also die Variante, die nennt sich Stop Loss. Wenn ich hier also dieses Ding, diesen Trade einstelle, dann taucht er auch normalerweise hier unten in der Liste auf und hier unter Action kann ich dann im Prinzip einstellen, kann ich den also entweder löschen, diesen Trade oder ich kann ihn auch nochmal nachbearbeiten. Und wenn der Trade ausgeführt wurde, weil zum Beispiel jetzt der Zielpreis erreicht wurde und das Stop Loss gegriffen hat, dann sehe ich unter Trade History auch, dass der ausgeführt wurde und zu welchen Bedingungen der ausgeführt wurde. Gerne würde ich das zeigen, aber irgendwie macht hier gerade die Blockchain nicht richtig mit. Dann die dritte Variante und das ist eigentlich die allerbeste und praktischste Variante für diesen Zweck. Das ist die sogenannte, der sogenannte Trailing Stop. Denn ich habe ja gerade erklärt, ich kann dann später wiederkommen und die Werte nachziehen. Das heißt also, wenn der Ether jetzt auf mehr als 5.000 steigt und dann auf 6.000, auf 7.000, auf 8.000, also nur mal vorausgesetzt, diese wilden Fantasien bewahrheiten sich wirklich, dann kann ich also bei 6.000, 7.000, 8.000 die Werte so nachstellen, dass der Stop Loss immer früher greift und ich also dadurch meine ganzen Gewinne absichern kann. Und das ist eine Sache, die ich hier von Hand machen muss, wenn ich mit einem Stop Loss arbeite. Aber es gibt noch eins besser, ich kann einen Trailing Stop einfügen und das ist etwas, das diesen Vorgang komplett automatisiert, denn der Bot wird genau diese Funktion dann für mich erledigen. Ich mache also folgendes, ich gehe hier wieder auf Trade, stelle also einen Zielpreis ein, ab wann der Trailing Stop greifen soll und den würde ich jetzt nicht ganz so hochsetzen, sondern ich würde da einfach auf irgendetwas gehen, was hier so in der Nähe vom aktuellen Preis liegt, sagen wir mal also 3.794 oder so, das ist ja nicht weit entfernt von 3.648 und wenn der Kurs also dann bei 3.794 ankommt, dann fängt der Trailing Stop an und den Trailing Stop, den stelle ich hier ein und würde jetzt sagen, ich möchte gerne, dass wenn irgendwann der Kurs nachgibt, zum Beispiel um 10%, ach ich muss nicht hier immer auf 10% plus drücken, es reicht, wenn ich hier eine 10% eintippe, wenn also der Kurs immer weiter steigt und steigt und steigt und dann irgendwann um 10% nachgibt, dann möchte ich verkaufen. Und das heißt also, ich kann hier im Prinzip genau diese Order laufen lassen, mir anschauen, wie der Ether jetzt noch weiter steigt und wenn der Ether dann irgendwie genug gestiegen ist und plötzlich um 10% nachgibt, dann wird verkauft. Angenommen der Ether steigt auf 7.000, geht dann runter auf um 10%, dann wäre er ja bei 6.300 oder so und dann würde automatisch verkauft werden und immer wenn der Ether nur, sagen wir mal 5% oder nur 8% oder so nachgibt und dann wieder steigt, dann würde im Prinzip der Verkauf, der Verkaufspreis immer weiter und weiter und weiter nachgezogen werden, nach oben, sodass ich es also schaffe, irgendwo in der Nähe vom Top zu verkaufen. Das ist eigentlich die beste und schlauste Variante, wie man das machen kann und diese Form, ein Trail Stop, den habe ich tatsächlich weder bei Binance noch bei Kraken auf den Börsen gefunden. Es wäre natürlich schön, wenn die dieses Feature einführen würden, aber das haben sie jetzt noch nicht und das nützt mir also jetzt nichts. Ich denke, das wird irgendwann auch kommen bei denen, aber zur Zeit gibt es das nicht und weil es das nicht gibt, kann man also diesen Unidex Bot dafür verwenden. So, inzwischen funktioniert auch die Liste mit den Trades wieder und jetzt kann ich also auch kurz zeigen, was hier zu sehen ist. Ich muss dafür nur mal einmal kurz Platz machen. So, und zwar haben wir hier eine, sind hier unsere drei Orders, die wir also eingestellt haben. Das hier ist die, in der Mitte ist quasi, das müsste unsere Limit Order sein, weil es hier kein Trailing Stop und kein Stop Loss gibt. Also in der Spalte TS, Trailing Stop, SL Stop Loss. Das ist unsere Limit Order. Hier ist der Target Price. Der Target Price ist ausgedrückt in, wie viel Ether 1USDT ist. Das ist ein bisschen schade. Eigentlich müsste man den anderen Preis hier auch hinschreiben und das ist also im Prinzip so, dass wenn dieser Preis hier hoch geht, also wenn die 3.600 steigen, wenn also der Ether Kurs steigt von 3.648 auf 4.000, dann wird das entsprechend runtergehen. Unser Target Preis, der lag ja ungefähr bei 4.000, das sind dann auch 0,000250. Das heißt also, wenn der Preis sinkt von hier nach da, also von 0,000274 nach 0,000250, dann wird die Order automatisch ausgeführt und das heißt, es werden also die 2 Ether verkauft. Das hier ist unsere Stop Loss Order, die erste hier in der Liste. Die Stop Loss Order haben wir ja so eingestellt, dass bei einem Target Price von, ich glaube es waren ungefähr 4.800 Dollar pro Ether, dann automatisch ein Stop Loss 5% darunter gesetzt wird. Das heißt also, wenn der Kurs vom Ether so weit steigt, dass dieser Target Price erreicht ist, dann wird dieser Stop Loss, wird der Verkaufspreis festgelegt auf 5% darunter und damit hätte ich also quasi an der Stelle meine Gewinne eingeloggt und wenn der Kurs sich weiter nach oben entwickelt, dann kann ich immer noch hingehen und das hier nachziehen, den Verkaufspreis also weiter hochziehen. Das kann ich hier mit diesem gelben Knopf und damit kann ich also meine Order nachbearbeiten und dann kann ich also von Hand, wenn der Kurs weiter steigt, den Verkaufspreis immer weiter hochziehen, bis dann irgendwann der Verkauf auch tatsächlich stattfindet. Idealerweise natürlich dann am Market Top. Das werde ich aber wahrscheinlich selber nicht so richtig timen können, aber das hilft einem schon mal dabei. Und die dritte Variante, das ist die Variante mit dem Stop Loss, die ich gezeigt habe. Auch hier gibt es unseren Target Preis, der lag ja bei, was war es nochmal, ich weiß es gar nicht mehr, kann man aber nochmal nachgucken, bei 3.800 Dollar. Das heißt also, wenn der Kurs 3.800 Dollar erreicht, dann ist das hier ja auch, dann ist auch dieser Preis erreicht und wenn das passiert, dann greift unser Trailing Stop und der Trailing Stop, der zieht quasi den Verkaufspreis während der Ether immer weiter steigt, auch immer weiter hochautomatisch. Das macht der Bot für uns und erst wenn der Ether um 10% nachgibt, dann wird verkauft und auch das könnte ich theoretisch hier nachbearbeiten, aber wenn ich diese Parameter, wenn ich mit denen von Anfang an einverstanden bin, dann brauche ich hier also eigentlich nichts nachbearbeiten. Das hier ist im Prinzip also die vollautomatisierte Variante. Dieses Gelbe hier, das bedeutet, dass der Target Price noch nicht erreicht ist, dass also quasi der Bot erst wartet, bis der Target Price erreicht ist. Wenn er erreicht ist, dann wird das hier grün. Jetzt habe ich hier an der Seite noch diese drei Knöpfe. Gelb ist zum Nachbearbeiten. Rot ist, wenn ich die Order loswerden möchte. Wenn ich die canceln möchte. Und grün heißt, ich möchte die Order jetzt sofort durchführen. Das ist also, dass ich jetzt eine Market Order auslöse. Dann würde ich zum aktuellen Marktpreis diese Order hier, die hier eingestellt ist, ausführen. Das wäre also auch ein Abbrechen, aber nicht so wie hier, wo überhaupt nichts passiert, also wo die Order einfach gelöscht wird, sondern hier würde ich dann quasi zum aktuellen Marktpreis diese Menge Ether verkaufen. Warum man das machen sollte, weiß ich nicht, aber kann ja sein, dass man das irgendwie mal braucht. Zu dem Unidex Bot kann man jetzt noch eine ganze Menge andere Sachen erzählen. Es gibt hier vor allem, wenn man eine Order einstellt, die Möglichkeit, Marktzyklen einzustellen. Die kann ich also hier die Anzahl der Zyklen einstellen. Und das ist ein sehr spannendes Feature, mit dem man quasi ausnutzen kann, dass wenn der Kurs schwankt, dass dann immer auf dem Top verkauft wird, auf dem Peak nachgekauft wird und das x mal. Das kann man also hier einstellen. Sehr interessant, sehr spannend. Kann man bestimmt auch eine Menge Gewinn mitmachen, aber natürlich nur unter ganz bestimmten Marktbedingungen. Da muss man also auch ein bisschen planen und ein bisschen Ahnung haben, was man macht. Ich möchte da jetzt nicht so drauf eingehen, weil das gar nicht so dazugehört. Das kann man eigentlich nur bedingt nutzen, um jetzt Gewinne mitzunehmen. Und hier ging es jetzt um das Thema Gewinne mitzunehmen. Und dieser Bot hier ist schon mal ein wichtiges Tool. Ich habe aber, glaube ich, auch schon gesagt, ich würde diesem Bot nicht die gesamten Coins anvertrauen, denn man hat es ja heute gemerkt auch, also hier diese Trade-Liste wurde nicht geladen. Transaktionen gingen relativ langsam durch. Das muss nicht unbedingt hier an diesem Bot liegen. Das kann auch an der Binance Smart Chain liegen, dass sie wieder überlastet ist. Wie auch immer, diese ganzen Faktoren spielen hier eine Rolle. Und wenn die Marktsituation extrem wird, das ist der Fall, für den wir dieses Tool nutzen wollen, dann ist eigentlich nicht ganz klar, wie das Ganze hier funktionieren wird, ob das so zuverlässig ist oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, einen Teil seiner Assets hier quasi automatisiert zu verkaufen. Und das ist jetzt genau das Tool, was man braucht, um Gewinne mitzunehmen in der aktuellen Marktsituation. Das ist also jetzt die Art und Weise, wie ich plane, in den nächsten Wochen ein paar von den Gewinnen mitzunehmen, wie ich mich darauf vorbereite, dass eventuell das Ende des Bullmarkts kommt. Wer weiß, vielleicht kommt es ja auch gar nicht, vielleicht geht es ja auch immer weiter. Auch dann ist so ein Tool natürlich praktisch, weil das hilft mir ja dabei, jetzt nicht zu früh auszusteigen. Und ich hoffe, dass ich euch also ein paar Anregungen und ein paar Ideen für eure eigene Strategie mitgeben kann mit diesem Video. Ich freue mich sehr über ein, wenn ihr den Like-Button drückt, weil der Like-Button, der hilft auch dem YouTube-Algorithmus, meinen Content ein bisschen besser zu platzieren. Ihr helft mir also ansonsten, wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert doch gerne einfach meinen Kanal. Ich versuche jeden Sonntag ein solches Video zu produzieren, indem ich auf die aktuelle Marktsituation eingehe, euch ein paar Tools an die Hand gebe, beziehungsweise euch einfach einen Einblick gebe in die Art und Weise, wie ich es mache. Ich freue mich auch über jeden Kommentar. Kommentare sind immer eine super Motivation, weil dann weiß ich, dass meine Videos geguckt werden. Es wäre also schön, wenn ich was von euch höre. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch viel Erfolg. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Bis dann.